gut dann haben wir hier denke ich mal alles ja dann gehen wir erst mal die drei zauberstäbe ab bricht den fluch der engelsstatue unter diesen verfluten ranken ist ein buch mit bier haben wir das jetzt und kräte bekanntes märchen und jetzt wieder ein rosenwimmel bild alles klar oh gott da muss man aber ganz genau hingucken bei manchen sachen im ohr ist eine rose da haben wir auch noch eine na da wäre auch noch eine rose hänsel und kräte verirrten sich im wald da kommt wieder das bildspiel 4 full tilt hänsel und kräte was ich ja auch schon für euch zu ändern ins feld habe ach da kommen wieder so schöne sachen wieder hoch und jetzt habe ich irgendwo eine rose übersehen da und da haben wir den zweiten seelenkristall okay ja dann gehen wir erst mal wieder in die eishülle und geben dem bies wieder den zweiten seelenkristall und er hinterlässt uns ein zeppelin schlüssel ok ja da kann ich ja wohl nichts machen immerhin war es ein versuch wert ok dann werden wir woher den schlüssel irgendwo einsetzen mit etwas magie hätte das vielleicht geklappt ok also können wir dann noch nichts machen tja die energiequelle fehlt was bräuchten hier der zeppelin benötigt eine energiequelle und zehn maschinenteile ja toll ähm wo muss ich denn jetzt was machen wenn man auch im spiel waren nahe dann muss hier aber irgendwo noch im gegenstand rumliegen den ich einsammeln kann aber hier funkelt doch gar nichts mehr solchen noch was mitnehmen ach da oben das habe ich jetzt echt nicht gesehen so ein maschinenteil fehlt uns noch ok jetzt habe ich da alles eisiger pass ach ja da stimmt so jetzt habe ich alle aber uns fehlt hier noch eine energiequelle hieß es ja aber kann ich die maschinenteile dann hier schon mal nein nein ich brauche wirklich erst die energiequelle zeppelin schlüssel ja da bei dem großen zahnrader kann ich nichts machen ja scheiße was soll ich denn jetzt machen sturmgipfel ja ich kann dann auch nur was machen ok ähm ich bin jetzt etwas überfragt was ich jetzt hier machen soll ach so der hund soll ach der hund ist als als äh energiequelle ok interessant ach gottchen klicke auf die maschinenteile und setze sie in dem feld ein ordne sie so an dass alle teile in das feld passen ok ich fange mal am besten da an ja das ist glaube ich noch am einfachsten ja jetzt ist natürlich die frage aller frage das kann dahin ok oder könnte könnte dahin passen Auf jeden Fall. Okay, wenn das so hell ist, dann... Ah, ich glaube, das ist auch ein Hinweis mit den Farben, glaube ich. Okay. Ja, könnte auch wirklich damit was zu tun haben. Wenn ich die Schienen-Teile hier hinzufüge, dann kommen so komische Töne. Okay, das ging aber. Und dafür brauchen wir den Sabination, das wäre alles klar. Ja, toll. Das ist ein Wunder, dass wir diesen Sturz überlebt haben. Ein Steuerrad. Ein Schiffssteuerrad, Entschuldigung. Überraschenderweise kann es noch einmal repariert werden. Das ist schön. Oha. Ah, ich kann das Rätsel aber so furcht machen. Okay. Ordnet die Zahnräder so an, dass sie richtig ineinander greifen und sich drehen. Zahnräder der gleichen Farbe dürfen aneinander nicht berühren. Oh Gott, darauf muss ich auch noch achten. Okay. Klicke auf ein Zahnrad, um es aufzunehmen. Und klicke auf einen Stift, um es dort abzusetzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Aha. Nee. Okay. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich was Falsches mache. Oder auch nicht. Okay. 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 Ja, das ging. Eingangshalle. Uh, wir betreten jetzt das Schloss. Und schöne, prächtige Löwenstatuen. Okay, da ist der Kopf leider schon ab. Aber da sieht man den ja. Und hier sind auch nochmal Löwenstatuen. Geil. Eingangshalle. Er leuchtet die Eingangshalle. Okay. Die Rosen sind verwelkt. Der ist im Leben fehlt. Waffencover. Schloss hoch. Es ist zu dunkel, um etwas sehen zu können. Schatzcover. Okay. Wirke ein Zauber, um mich zu befreien. Okay. Spaisesaal. Ich sollte eine andere Umgebung exploren. Die Map in meinem Journal werden hilfreich. Gehen wir von links nach rechts. Ich gehe jetzt mal zum Spaisesaal. Erleuchtet in Spaisesaal. Okay. Okay. Es ist ominösslich kalt in hier. Ich fühle mich, als ob ich mich beobachtet. Ja, das könnte durchaus möglich sein. Okay, dann gehen wir erst mal zur Schatzkammer. Wirke ein Zauber, um mich zu befreien. Okay. Statuen aus wertvollem Naturstein. Wladimir Borkov. Das Schmuckkästchen ist verschlossen. Was du nicht sagst. Der grasige Hügel. Ein Wimbelbild. Eine Trällerpfeife, Diamantring, Haarklammer, Blitz, Marienkäfer, Ankkkreuz, Taschenuhr, Lippenstift, Kolibri, Drachenfigur, Metronom und eine Katzenstatue. Okay. Eine Trällerpfeife. Wo bist du denn? Ne, das ist sie nicht. Wir wussten nicht. Oh Gott, das ist schon eine englische Trällerpfeife. Da. Ein Diamantring. Ähm. Ähm. Ja. Da? Ne. Auch nicht. Hä? Da vielleicht? Auch nicht. Ja, Zack. Hörends. Okay. Ne Haarklammer. Oh Gott. Ah, da ist sie. Ein Blitz. Ein Marienkäfer. Ein Ankkreuz. Ein Ankkreuz. Mist. Ach da. Schattiert. Fies, ey. Eine Taschenuhr. Lippenstift. Ein Kolibri. Ähm. Da. Eine Drachenfigur. Tja, der kann auch schattiert sein. Oder einfach nur eine Figur sein. Ja. Ein Metronom. Ne, das ist er nicht. Ähm. Tja. Und ne Katzenstatue. Ach, da ist er mit drüben oben. So, ne Katzenstatue. Die ist da. Und hier ist noch ein Diamantring. Ja, wo ist denn der? Ja. Ja. So ist die Form. Ah. Da oben. Tatsächlich. Und wir erhalten einen Blitzanhänger. Okay. Phönix Zauberstab. Die Phönix Eier fehlen. Toll. Können wir hier den Phönix. Geil. Sechs Phönix Eier brauchen wir. Oh Gott. Okay. Okay. Dann kann ich die auch schon eins haben. Okay. Drei Phönix Eier fehlen uns noch. Gehen wir mal in die Waffenkammer. Oh. Da brauchen wir bestimmt vier Ritterhelme. Die Phönix Eier. Hinter den Königswappen liegen Eier aus Feuer. Du findest sie mit dem Zauberstab des Phönix. Sei aufmerksam, sonst findest du nichts. Die Elementarhelme wurden den Wächtern der Stärke entwendet. Mit ihrer Hilfe kann das königliche Schwert gerufen werden. Ah, okay. Interessant. Wo habe ich nur wieder meinen Bung abgelegt? Tja. Das ist natürlich eine gute Frage. Sonst kann ich hier nichts mitnehmen. Die Axt steckt ziemlich fest. Joa, dann ist das halt so. Diese Schwerte dienen nur der Dekoration. Joa. Dann geht's da wo weiter. Ich sollte hier einen Schlauch schauen und sehen, was ich finden kann. Weinschlauch, Moskete, Wachssegel, Spiegel, Schatzkiste, Sextant, Kampfstab, Drache, Kanone, Tapat, Schloss, Streitkolben. Okay. Weinschlauch. Oh Gott. Ähm. Nein. Okay. So ist die Form. Das ist ein Flachwand, glaube ich. Ähm. Wo bist du denn da? Eine Moskete. Das ist eine Waffe. Genau. Eine Schusswaffe. Da. Ein Wachssegel. So ist die Form. Okay. Tja. Gut versteckt auf jeden Fall. Ein Spiegel. Der ist da. Eine Schatzkiste. Da. Da. Sechstant. Nein, das ist der nicht. Okay. Was ist das denn für eine interessante Form? Neee. Ach, da ist der. Ein Kampfstab. Da. Ein Drache. Den habe ich auch schon gesehen. Eine Kanone. Die habe ich auch schon gesehen. Ein Tapat. Was ist denn ein Tapat? Okay, das weiß ich jetzt nicht. Sieht auch irgendwie. Also von der Form her. Sieht das auch ein bisschen komisch aus. Ach so. So was. Kleid oder eine Fahne oder was auch immer. Das war ein Schloss. Ein Streitkolben. Ein Streitkolben. Wo bist du denn? Ah, okay. Der liegt irgendwo. Da. So, jetzt fehlt nur noch ein Wachssegel. Da. Perfekt. Und wir erhalten einen Streitkolben. Und wir erhalten einen Dreitkolben. Da. Und wir erhalten einen Reit. Und wir erhalten einen Streitfekt.